Bei uns an der Hansepolizontschule gibt es immer was zu tun. Die Arbeit bei uns ist schwer. Arbeit bei uns ist heiß und schnell. Arbeit bei uns stinkt. Arbeit bei uns ist laut. Arbeit bei uns macht Spaß, weil du hier nicht alleine bist. Und ganz nebenbei kannst du noch deinen Hausschuleinschlüssel machen. Arbeit bei uns macht Spaß, weil du hier nicht alleine bist und ganz nebenbei kannst du noch deinen Hausschuleinschlüssel machen. Arbeit bei uns macht Spaß, weil du hier nicht alleine bist. Arbeit bei uns macht Spaß, weil du hier nicht alleine bist.